Wir werden in den Himmel steigen und die Erde entflammen. Der Knochenleck, da das ja offensichtlich ein Fliegen- oder zumindest ein Unreiner ist. Aber das ist ein Köder. Das ist ein Fliegenköder oder ein Unreiner-Köder. Was sehr, sehr geil ist an der Stelle. Und sogar ein Necrom. Ja, lol, der ist ja mit allen Wassern gewaschen. Ja, geiler Scheiß. Läuft. Läuft bei dir, mein Freund. Läuft. Sehr, sehr cool. Geil. Vielleicht bin ich mal so infantil und gönne mir den einfach mal so. Stärker ist. Wie wird ihr immer stärker? So, jetzt gucken wir mal. Du musst die ein bisschen um. Warte mal kurz. Ich tue jetzt mal kurz, weil ihr wolltet ja auch, dass die Videos auch an sich ein bisschen länger sind. Ähm. Mir ist auch irgendwie herzlich egal, ähm, ob wir da erwischt werden oder nicht. Wir suchen uns jetzt mal. Warte mal kurz. Wer ist hier noch? Hier muss doch irgendwas noch sein. Krimp, der untötbar... Ja, lol. Okay, ich bin wirklich in die Höhle des Löwen reingetappt. Also wirklich jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin jetzt hier... Wo ist da einer am Leuchtfeuer? Das machen wir mal hier nett, ne? Ey, Leute, ich hasse se Petzen, ne? Ich soll's nur mal gesagt haben. Ich hasse Petzen. Wuhu! Alter, ich find das grad so geil, dass ich hier, ähm, mit, ähm, Dings zock, einfach auf der PS5 jetzt. Das war so das, was ich mir gewünscht hab, die ganze Zeit über. Ja, und jetzt ist es endlich in Erfüllung gegangen. Und das ist, es ist so cool. Auch vor allen Dingen auch mal Schatten, das kriegst du jetzt mal, ohne dass da irgendwie so ein Hintergrundrauschend so ist. Einfach mal zu zocken. Wirklich, es ist, es ist wirklich, es ist Balsam für die Seele. Und, äh, das macht dann schon wieder richtig, richtig Spaß, wieder mit dem Spiel das zu zocken. Äh, lol, okay. Ich muss mal dieses Schatten aufsetzen machen. Irgendwie geht mir das grad ein bisschen hart auf die Eier, dass ich da... Ähm, weiter, 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 wo geht das? Wo ging das doch? Ich hab das doch irgendwo mal gehabt. Ich weiß jetzt noch nicht mehr. So ganz einfach. Äh, ist ja auch scheißegal. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Ah ja, du verliegender Salamander. Kannst du das Vieh mal anvisieren, du Depp? So, alles Klärsche. So, erst mal hier ein bisschen Feuerchen mache. Wir zünden die ganze scheiß Bude an. Ist der grad da runtergesprungen? Der Depp. So, jetzt töten wir hier noch ein bisschen, mein Freund. Spuckt die Scheiße aus! Na los! Befreien wir die Drachen. Sie waren doch noch nicht bereit. Sie brauchen mehr Übung, Disziplin, Schläge, Peitschen. Genau wie du! Halle im Aul, jetzt gibt's auf die Fresse! Mal, erstmal hier gucke, was wir hier noch so... Ob wir hier vielleicht noch was finden, etwas was... Lol, der Drache... Der eine Drache greift uns einfach an, okay. Ich müsste jetzt mal gucken, ich wollte doch hier irgendwo noch... Hier muss es doch irgendwo noch was geben, oder? Nee. Okay, anscheinend ist das auch wieder nur ein Einzelner. Na gut, was soll's. Jo, das sieht schon cool aus mit dem Drachen hier so. Vor allem, weil die jetzt mal hier nicht so scheiße irgendwie wirken. So, ein paar Untote nochmal gerufen. Wärst du ganz sicher nett, du Vollidiot. So. Da kommt der, ihr Schweine, hä? Autsch. Jawoll, ja! Wer ist der Nächste, hä? Woo! Mit den Untoten legen wir uns jetzt mit denen an. Woo! Geil. Ich liebe halt auch die Grafik jetzt so. Also, die sieht halt schon, finde ich persönlich, sieht auch... Bei mir, für mich jedenfalls persönlich, die sieht deutlich besser aus. Ich find's schon echt ein Improvement. So, jetzt gucken wir mal. Das wärst du ganz sicher nett, Mare. Wow! Ach, da hinten ist sogar noch jemand. Das ist auch wieder so ein Verschnitt wie geil. Ja, wird sich gegönnt. Wird sich eiskalt gegönnt. Alles. Wird sich eiskalt gegönnt, wenn's geht. Wenn's zulässt. Ihr könnt schon die Flammen spüren. Das ist gut, wenn ihr die Flammen schon mal spüren könnt. Ja, mein scheuen Grafwander. Findet ihn. Mal sehen sie nur. Hier spüren, bist du das? Yo, lol. Hör auf. Ah, du Schweinhut. Aua, nicht das machen. Genauso sieht's aus. Du gehörst jetzt mir. Sehr geil. Gut für dich. Jetzt müssen wir nur noch deinen Bruder abholen. What the fuck? Okay. Du gehörst jetzt auch uns. Das war jetzt ganz schnell. Haben wir jetzt mal schnell eingekauft hier, nicht? Mal ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, werdet ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Und haut da rein. Macht's gut, eure Nächste. Ciao.